Und somit herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir sind immer noch auf der Aufgabe, die Spitze des Speers folge dem Pfad der Zerstörung. Die Spitze des Speers folgen. Sie sind heute zerstört von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Der ist riesig. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Der darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen. Okay. Okay. Es gibt kein Zurück mehr. Du bist entdeckt! Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Segezer nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagst es, ich brauch sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folg mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die letzte Lektion, Rust. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh. Und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Ich freue mich. Ich freue mich. Das war's für heute. 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 Ich verstehe. Das war's für heute. Die Urmutter. Und ich... Das war's für heute... Ich muss mich...